Charles Fraser, Sherlock Holmes und der Märchenmörder Die Abenteuer des alten Sherlock Holmes, Folge 16 Gelesen von Andreas Lange Frankreich, Paris, Mai 1932 Es waren einmal drei kleine Schweinchen. Das erste Schweinchen baute sich sein Haus komplett aus Stroh. Das zweite kleine Schweinchen hatte ein schönes Haus aus Holz. Und das dritte kleine Schweinchen wohnte in einem Haus aus Ziegeln. Da kam eines Tages der böse Wolf und klopfte an die Türe des ersten kleinen Schweinchens. »Lass mich hinein, lass mich hinein«, rief er aus. Doch das kleine Schweinchen hatte große Angst und ließ den bösen Wolf natürlich nicht hinein. Da wurde der Wolf wütend und sprach, »Ich werde strampeln und trampeln und husten und prusten und dir dein Haus zusammenpusten.« Der Mann lächelte. Dann schlug er das Buch zu, in dem er eben noch laut daraus vorgelesen hatte. Er kniete sich hin. Jetzt konnte er seinem Opfer, das dicht vor ihm auf einem Stuhl gefesselt und geknebelt saß, direkt in die Augen sehen. Der alte Mann riss die Augen weit auf. Dicke Schweißperlen rannen ihm von der Stirn. Er wackelte auf seinem Stuhl hin und her. Er versuchte, sich unter seinen Fesseln aufzubäumen. Er versuchte, laut zu schreien. Doch das alles kostete den knienden Mann nur ein müdes Lächeln. Dann streckte er seinen Kopf vor und flüsterte dem alten Mann somit direkt ins Ohr. »Na, kleines Schweinchen, hast du Angst? Ich bin der böse Wolf und puste dich nun mitsamt deinem Haus weg.« Langsam erhob sich der Mann und griff nach dem Kanister, der neben ihm stand. Er öffnete ihn und goss den ganzen Inhalt über sein gefesseltes Opfer. Ein ätzender Benzingestank machte sich augenblicklich breit. Das Opfer schüttelte heftig den Kopf und versuchte verzweifelt, die Flüssigkeit irgendwie abzuschütteln. Dann zog der Mann eine Zündholzschachtel aus seiner Manteltasche. Der Blick des Opfers wurde noch panischer und fiel auf die Ladung Dynamit, die etwas weiter von ihm weglag und an der eine lange Zündschnur befestigt war. Der Mann entzündete das Schreichholz und hielt es noch einen Augenblick vor seinem Gesichtsfeld. Er betrachtete es lächelnd. Dann fiel sein Blick auf den gefesselten Mann vor ihm, ehe er es auf ihn warf. Sofort stand der alte Mann lichterloh in Flammen. Der Täter beobachtete noch eine Weile den Todeskampf seines Opfers, bis er schließlich zufrieden den Raum verließ und das Ende der Zündschnur mit einem weiteren Streichholz entfachte. Mit hastigen Schritten verließ er das alte Anwesen. Ein noch kilometerweit hörbarer Knall ließ das Haus hinter ihm zusammenfallen. Er drehte sich nochmals um und von der Vorderseite des Gebäudes mitsamt seinem Opfer blieb nicht mehr viel übrig. Beinahe so, als hätte der böse Wolf das Strohhäuschen des lieben kleinen Schweinchens einfach umgepustet. Diese Hitze war kaum zu ertragen. Während Holmes mit hochgelagerten Beinen auf dem Divan lag und irgendein giftiges Zeug rauchte, saß ich in meinem Sessel und hielt meine Füße in einen Bottich, gefüllt mit Eiswasser. Gleichzeitig wedelte ich mir kühle Luft mit einem Fächer zu, den Marie, Alice und Eddies älteste Tochter mir gebastelt hatte. Holmes, ich habe das Gefühl, als würde ich bei lebendigem Leibe schmelzen. So diese Hitze bringt mich wirklich um, klagte ich meinem Freund mein Leiden und wedelte fleißig weiter. Holmes zeigte keine Reaktion. Wahrscheinlich hatte er sich schon wieder ins Delirium geraucht. Doch knappe fünf Minuten später bekam ich doch noch eine Antwort von ihm. Sie müssen das hier ausprobieren, alter Freund, raunte er mir zu und streckte mir sein Pfeif hin entgegen. Ich befinde mich gerade in der Arktis und laufe mit den Eskimos durch den Schnee. Wir haben ein Rentier mit einem Schlitten dabei. Aber Achtung, da vorne rutscht gerade eine Eisbärmutter mit ihren zwei Jungtieren den Hang herunter. Ich klatschte mir mit der flachen Hand gegen die Stirn. Holmes, Sie haben wirklich einen Knall. Da klopfte es an der Türe und Alice kam mit einem Tablett in der Hand herein. Ich habe Ihnen kalte Limonade mitgebracht, genau das Richtige bei dieser Tropenhitze. Sie sind ein Engel, sagte ich und lächelte sie dankend an. Ich nehme sehr gerne ein Glas. Bei Holmes allerdings bin ich mir nicht ganz sicher. Glauben Sie, meine Limo schmeckt ihm nicht? Fragte Alice unsicher und warf einen Blick auf Holmes, der mit geschlossenen Augen da lag, jedoch alle paar Minuten weiter an seiner Pfeife zog. Sie würde ihm ganz gewiss munden, beruhigte ich Alice. Jedoch spaziert Holmes gerade mit einem Rentier und ein paar Eskimo-Freunden durch die Arktis. Ach ja, eben hat er noch einen Eisbären entdeckt. Alice begriff sofort. Dann war also Billy wieder da und hat ihm neuen Stoff gebracht. Billy war der Zeitungsjunge und Holmes Drogenkurier. Ein sehr aufgewecktes und sympathisches Bürschchen. Ich mochte den Jungen, wenn ich auch dem wieder steigenden Drogenkonsum meines Freundes äußerst kritisch gegenüberstand. Sie machen sich Sorgen? Fragte mich Alice. Natürlich mache ich mir die, gab ich Barscher zurück, als ich Alice das verdient hätte. Wir wissen schließlich beide, dass Drogen einen früher oder später zugrunde richten. Alice legte ihre Hand auf meine Schulter und zwinkerte mir zu. In Holmes' Fall wohl eher später. England, London, August 1907 Es war einmal ein armer Holzhacker, der mit seiner Frau und seinen zwei Kindern in einer kleinen Hütte im Wald wohnte. Das Bübchen hieß Hänsel und das Mädchen hieß Gretel. Eines Tages starb die Mutter der beiden Kinder. Der Vater nahm sich eine neue Frau. Dann kam eine große Teuerung ins Land und die Familie hatte bald nichts mehr zu essen. Eines Abends beschlossen der Vater und die Stiefmutter mit Hänsel und Gretel tiefer in den Wald hineinzugehen. Sie wollten ihnen ein Feuer machen und noch ein letztes Stück Brot geben und dann die beiden Kinder alleine lassen. Nie und nimmer würden Hänsel und Gretel alleine den Weg zurück nach Hause finden und die Eltern wären die Kinder los. Dem Vater war nicht wohl bei der Sache, doch die Stiefmutter bestand darauf, ansonsten müssten sie noch alle Viere verhungern. Hänsel und Gretel hörten aber den bösen Plan der Stiefmutter und Hänsel sammelte daraufhin in der Nacht ein paar Kieselsteine, die er vor dem Haus fand. Am nächsten Tag führten die Eltern die beiden Kinder tief in den Wald hinein. Doch Hänsel ließ alle paar Meter einen Kieselstein fallen, um in der nächsten mondhellen Nacht den Weg wieder zurück nach Hause zu finden. Der Mann klappte das Märchenbuch zu und sagte »Nun, mein Junge, wirst du den lieben Herrn Pfarrer besuchen gehen und artig tun, was er von dir verlangt.« Der kleine, schmächtige Junge begann am ganzen Leib zu zittern. Er versuchte es zu unterdrücken, doch es wurde nur noch schlimmer. Der Mann bemerkte es und gab dem Jungen eine schallende Ohrfeige. Tränen stiegen dem Bengel in die Augen, doch tapfer sah er den Mann an und nickte. »Gut so, mein Junge«, sagte der Mann und tätschelte ihm den Hintern. »Nun geh, wir lesen die Geschichte zu Ende, wenn du wieder hier bist.« England, London, August 1932 »Knusper, knusper, Knäuschen, wer knuspert an meinem Häuschen«, rief eine Stimme aus dem Lebkuchenhaus. »Der Wind, der Wind, das himmlische Kind«, riefen Hänsel und Gretel zurück und aßen sich an dem Zuckerhäuschen weiter satt. Doch da kam auch schon die Hexe aus ihrem Haus und packte Hänsel und sperrte ihn in einen Stall. Gretel hingegen ließ sie arbeiten und für Hänsel kochen, der der Hexe zu mager war, denn die böse Hexe wollte den armen Hänsel kochen und anschließend essen. So verging Tag um Tag und die Hexe prüfte täglich, ob Hänsel denn schon fetter geworden war. Eines Tages war es schließlich soweit und die Hexe rief »Heder, Gretel, sei flink und trag Wasser. Heute will ich den Hänsel schlachten und kochen und backen.« Gretel weinte bitterlich. Doch es half alles nichts. Gretel musste den Backofen einheizen und Teig kneten. Bald darauf sagte die Hexe zu Gretel, »Kriech in den Ofen rein und sieh zu, ob er schon heiß genug ist.« Doch Gretel stellte sich dumm und sagte, »Ich weiß nicht, wie ich das machen soll.« »Dumme Gans«, schimpfte die Hexe, »sieh her, die Öffnung ist groß genug, ich könnte sogar selbst hineinkriechen.« Dabei steckte die Hexe ihren Kopf ein Stück in den Ofen. Darauf hatte Gretel nur gewartet. Sie gab der Hexe einen ordentlichen Stoß, dass diese weit in den Ofen hineinflog und schlug die eisene Tür schnell hinter ihr zu. Der Mann sah mit einem Lächeln im Gesicht von seinem Buch auf und legte dieses achtlos beiseite. Sein Opfer lag fest verschnürt vor ihm auf dem Boden. »Wollen wir mal sehen, ob denn der Ofen schon heiß genug für dich ist?« sagte der Mann. »Wäre doch schade, wenn du nicht richtig knusprig würdest.« Der Mann verließ den Raum. Sein Opfer versuchte unterdessen vergeblich seine Fesseln zu lösen. Verzweifelt versuchte er, sich am Boden entlang zu robben, um seinem Mörder doch noch zu entkommen. Zuerst konnte er vor lauter Angst kaum mehr atmen. Der Knebel tat sein Übriges dazu. Doch jetzt schöpfte er neue Hoffnung. Wenn er es nur bis zum Tisch schaffen würde. Er wusste genau, dass darauf sein Messer lag, dass er nur wenige Augenblicke zuvor zum Apfelschellen verwendet hatte, bevor ihn sein Mörder überraschte. Vielleicht konnte er es schaffen, den Tisch umzustoßen und das Messer zu ergreifen, seine Fesseln durchzuschneiden und zu entkommen. Er strengte sich noch mehr an. Er kämpfte um sein Leben. Seine Glieder schmerzten unerträglich. Doch er würde nicht aufgeben. Plötzlich vernahm er ein Räuspern hinter sich. Er wandte seinen Kopf und erblickte aus dem Augenwinkel seinen Mörder, wie dieser in der Türe stand, und ihn gespannt und sichtlich belustigt beobachtete. Nun kam er schwingenden Schrittes auf ihn zu und kniete sich zu ihm herab. Ich denke, wir machen dem Ganzen hier ein Ende. Nicht wahr, Väterchen? Nun packte er sein Opfer an den Füßen und schleifte ihn zum Brotbackofen. Dann hiefte er sein Opfer hoch. Der angsterfüllte Mann wimmerte. Nur noch wenige Zentimeter und sein Kopf würde in dem Ofen stecken. Er spürte, wie es heiß wurde. Sein Kopf begann zu glühen. Seine paar verbliebenen Haare fassten Feuer. Schmerz. Unerträglicher Schmerz. Mr. Holmes, Dr. Watson, kommen Sie schnell. Inspektor Wolford wartet unten auf Sie beide. Alice stand völlig außer Atem in der Türe und drängte uns zur Eile. Ich sah zuerst zu Holmes, der noch immer mit geschlossenen Augen auf dem Divan lag und mir unverständliche Worte murmelte und dann zu Alice. Alice zuckte hilflos mit den Schultern. Soll ich dem Inspektor sagen, dass unser Meisterdetektiv unpässlich ist? Ich habe eine bessere Idee. Warten Sie, sagte ich, nahm einen Bottich mit Eiswasser hoch, indem ich bis eben noch meine Füße kühlte und schüttelte das Wasser direkt über Holmes Kopf. Das können Sie doch nicht machen, schrie Alice. Doch es war schon zu spät. Und ich muss gestehen, ich habe es ein wenig genossen. Holmes postete und schüttelte den Kopf. Er schwang sich hoch, vergessen der ihm stets schmerzende Rücken, die ziehende Hüfte und die Kalkschulter. Watson, sind Sie von allen guten Geistern verlassen? Haben Sie denn überhaupt nicht an mein altes, schwaches Herz gedacht? schimpfte er los. Wenn Ihr Herz Ihre regelmäßigen Trips übersteht, pumpt es auch brav nach einer kalten Dusche weiter. Darauf gebe ich Ihnen mein ärztliches Wort, Holmes. Übrigens, was haben Sie denn da vorhin die ganze Zeit für Wörter gemurmelt? Ich habe Inuktitut gelernt, antwortete Holmes selbstverständlich. Was zur Hölle ist Inuktitut? fragte ich. Nun, das ist die Sprache der Eskimos, klärte Holmes mich auf. Und wie in drei Teufelsnamen können Sie im Delirium eine neue Sprache lernen? Ach, lassen wir das, lieber Holmes, sagte ich mit einer wegwerfenden Geste. Watson, ist Ihnen eigentlich schon aufgefallen, dass er blasphemischer Wortschatz in letzter Zeit überhand nimmt? Ich schüttelte den Kopf und ignorierte Holmes' Klugscheißerei und fragte stattdessen, wir müssen los, Inspektor Wolford wartet unten auf uns. Wollen Sie sich denn nicht umziehen? Sie sind schließlich ganz durchnässt? Was ich Ihnen zu verdanken habe, lieber Watson. Aber weshalb sollte ich mich denn umziehen? Bei 35 Grad im Schatten wird das Hemd doch schnell trocken. Ich dachte, Ihnen wäre vielleicht noch kalt, schließlich waren Sie doch gerade in der Arktis. Watson, reden Sie doch keinen Unfug. Kommen Sie, lassen Sie uns gehen. Ich atmete dreimal tief durch, schluckte die Wörter brav hinunter, die mir dazu einfielen, und folgte Holmes mit einigen Metern Abstand. Das ist ja kaum zu glauben! Ich war völlig entsetzt über den Anblick, der uns hier geboten wurde und musste würgen. Ich starrte auf den Backofen, dessen Türe weit offen stand. Zwei gefesselte Beine hingen schlaff heraus. Der gesamte Oberkörper des Mannes war in dem noch glühheißen Backofen. Ich konnte es kaum fassen. Wer hat den armen Teufel denn gefunden? fragte Holmes. Die Pfarrersköchin, Mrs. Clark, antwortete Inspektor Wolford. Auch das noch, dachte ich. Die gute Dame wird hier drin sicherlich kein Brot mehr backen. Holmes schlich um den Ofen herum und betrachtete ihn von allen Seiten. Irgendetwas, das ich wissen sollte? fragte Holmes weiter. Keine Spuren, keine Zeugen. Einzig dieses Buch hier haben wir gefunden. Inspektor Wolford reichte es, Holmes. Sie haben es auf dieser Seite aufgeschlagen vorgefunden? Wollte Holmes wissen. Inspektor Wolford nickte. Was ist das? fragte ich neugierig und trat näher an Holmes heran. Ein Märchenbuch, Watson. Um genau zu sein, das Märchen von Hänsel und Gretel. Sie wissen, wie es endet? Ja, Hänsel und Gretel kehren mit Schätzen beladen heim zu ihrem Vater, der sie überglücklich in die Arme schließt, konstatierte ich. Eine überaus obskure Darstellung, wenn Sie mich fragen, Watson. Denn wenn ich mich recht entsinne, werden beide zuerst von ihrem Vater im Wald ausgesetzt, um sie danach herzlichst wieder zu empfangen. Aber das tut jetzt nichts zur Sache. Denn bevor Hänsel und Gretel heimkehren, schubst Gretel die böse Hexe in den Ofen und befreit den armen Hänsel. Sie erkennen den Zusammenhang, Watson? Sie wollen damit sagen, der Mörder hat sich das Märchen von Hänsel und Gretel zum Vorbild genommen? Ganz genau, Watson. Doch, Inspektor Woolford, könnten wir bitte noch mit der Dame sprechen, die den ehrenwerten Herrn Pfarrer gefunden hat? Mrs. Clark? Ich hoffe, sie ist soweit vernehmungsfähig. Es war doch ein sehr verstörender Anblick für die alte Dame. Wenige Minuten später erschien, gestützt an Inspektor Woolfords Arm eine gebrechlich wirkende Dame. Ein Guy, sagte Holmes und verbeugte sich leicht vor Mrs. Clark. Ich sah meinen Freund verständnislos an. Was um Himmels Willen treiben Sie denn jetzt schon wieder, Holmes? Und ich wusste bereits, als ich die Frage gestellt hatte, dass es ein Fehler war. Ein Guy heißt Hallo, auf Inuktitut, erläuterte Holmes. Auf was? fragte nun auch Inspektor Woolford. Inuktitut, die neue Fremdsprache, die Holmes neuerdings im Delirium erlernt, klärte ich ihn auf. Inspektor Woolford setzte erneut zu einer Frage an, doch ich schnitt ihm sogleich das Wort ab. Nein, ich bitte Sie, Inspektor, fragen Sie bitte nicht weiter nach. Also, Mrs. Clark, ich bin Sherlock Holmes, der beratende Detektiv der Polizei. Können Sie mir sagen, wann und wie Sie das Opfer vorgefunden haben? Mrs. Clark wirkte immer noch sehr blass. Ihre Hände zitterten noch. Ich bin gekommen, um das Abendessen für den guten Herrn Pfarrer zu kochen. Da habe ich ihn gefunden. Mein Gott, Gott habe ihn selig. Und Ihnen ist nichts aufgefallen? Irgendwelche Einbruchsspuren? fragte Holmes. Ich habe noch nicht nachgesehen, sagte Mrs. Clark. Aber ich gehe davon aus, dass das Schlafzimmerfenster offen steht. Das tut es nämlich das ganze Jahr über und bei dieser Hitze, die wir zur Zeit haben, sowieso. Das dachte ich mir, knurrte Holmes. Wurde etwas gestohlen? fragte ich. Das kann ich Ihnen beantworten. Nein, natürlich nicht, Watson. Dieser Mord hat nichts mit Diebstahl im Übrigen zu tun, sondern hierbei handelt es sich um etwas Persönliches. Niemand steckt einen in den Ofen zum Braten, nur weil er ihn eben mal berauben will. Holmes blickte kurz zu Mrs. Clark und schob ein, entschuldigen Sie, hinterher. Hat der Herr Pfarrer irgendwelche Verwandte, die wir befragen können, oder wissen Sie gar über mögliche Feinde Bescheid? fragte Inspektor Wolfert die alte Dame. Diese schüttelte nur den Kopf. Weder noch. Die Schwester des Herrn Pfarrers lebt in einem Kloster und ist nun seit gut zehn Jahren schon gestorben. Sonst ist mir keine Verwandtschaft bekannt. Und ich bitte Sie, welche Feinde sollte der gute Herr Pfarrer denn schon haben? stellte sie beinahe empört fest. Ich danke Ihnen für Ihre Zeit, Mrs. Clark, verabschiedete sich Holmes. Watson, hier gibt es für uns nichts mehr zu tun. Lassen Sie uns nach Hause fahren. Inspektor Wolfert, Sie hören von uns. England, London, 1907 Es war einmal ein König und eine Königin. Eines Tages gebar die Königin ein Mädchen. Die Freude über die kleine Prinzessin war so groß, dass das Königspaar beschloss, dem Mädchen zu ehren, ein großes Fest zu veranstalten. Sie luden dazu nicht bloß Verwandte, Freunde und Bekannte ein. Nein, auch die weisen Frauen im Lande wurden eingeladen. Es waren 13 an der Zahl. Doch da der König nur zwölf goldene Teller hatte, von denen sie essen sollten, konnte er eine nicht einladen. Die geladen Waren kamen und sie beschenkten das Kind mit ihren Gaben. Tugend, Schönheit, Anmut, Reichtum und so weiter. Als die Elf ihre Wünsche ausgesprochen hatten, kam plötzlich die 13. herein, die, die nicht eingeladen wurde. Aus Rache darüber sprach sie ihren Fluch aus. Die Königstochter soll sich in ihrem 15. Lebensjahr in einer Spindel stechen und tot hinfallen. Das Königspaar, die Gäste und die weisen Frauen waren sehr bestürzt über den Fluch. Doch da trat die zwölfte weise Frau vor und sagte, Ich kann den bösen Ausspruch nicht aufheben, nur mildern. Deshalb soll das Mädchen nicht tot umfallen, sondern nur in einen hundertjährigen Schlaf verfallen. Der Mann klappte das Märchenbuch wieder zu und sagte, Mein lieber Knabe, heute ist deine wöchentliche Untersuchung bei unserem Herrn Doktor wieder fällig. Hast du dich auch ausreichend gewaschen? Der Junge nickte, dann schluchzte er. Bitte, es tut so weh, wenn er mich untersucht. Und er will Dinge von mir, schlimmere Dinge noch als die anderen. Der Junge ließ den Kopf sinken und die Tränen rannen ihm über die Wangen. Nun geh schon, sagte der Mann grob. Wenn du wieder hier bist, lesen wir zusammen die Geschichte fertig. England, London, August 1932, fünf Tage später Wo bin ich? Ist hier jemand? Weshalb kann ich meine Hände nicht bewegen? Angstvoll drehte der blinde alte Mann seinen Kopf in alle Richtungen, konnte aber kein Geräusch wahrnehmen. Seine verknöcherten Finger umklammerten etwas, an das er gebunden war. Was ist das? Was halte ich da fest? Wimmerte er. Tss, tss, tss. Lieber Doktor, dass es einmal ein solches Ende mit Ihnen nehmen wird? Wer hätte das noch vor 25 Jahren gedacht? Wer, wer sind Sie? Flüsterte er. Oh, Sie kennen mich nur zu gut. Sie kennen sogar Körperteile und Stellen, die eigentlich sonst nicht einmal ein Arzt kennen sollte. Na, klingelt's? Oder waren es so viele Lustknaben, dass sie gar nicht mehr an die Einzelnen sich erinnern können? Fragte der Mann höhnisch. Ich, ich, das, das war Forschung. Alles medizinische Maßnahmen zum eigenen Wohle, stotterte der Blinde. Zu Ihrem Wohle, ja, das stimmt. Zu meinem? Nein, dem kann ich nicht zustimmen. Wenn mir vor Ihnen nicht so ekeln würde, würde ich nun dieselben Dinge tun, die Sie damals mit mir gemacht haben. Dann würden Sie schon sehen, dass das Wohlbefinden dabei mitnichten eine Rolle spielt. Aber keine Angst, so pervers bin ich nicht. Ich habe mir für Sie etwas anderes Schönes ausgedacht. Also hören Sie gut zu? Ausgerechnet an seinem 15. Geburtstag waren der König und die Königin nicht zu Hause und die Königstochter blieb alleine im Schloss zurück. So entschied sie, sich das gesamte Schloss einmal ganz genau anzusehen. Schließlich gelangte sie in einen längst vergessenen Turm. Darin saß ein altes Mütterchen an der Spindel und Spannwolle. Die Königstochter fragte das Mütterchen, ob sie es selbst einmal versuchen dürfte und das Mütterchen war einverstanden und machte Platz für die Königstochter. So setzte sich diese an die Spindel und stach sich sogleich in den Finger. Dicke rote Blutstropfen rannen herab und zu Boden. Genau in dem Augenblick fiel die Königstochter zu Boden und in einen hundertjährigen Schlaf. Der Mann legte das Buch beiseite und sprach, es ist fast zu schade, dass sie mittlerweile erblindet sind, auch wenn dies sie wahrscheinlich schon die letzten Jahre Demut gelehrt hat. Doch ich hätte zu gerne gesehen, dass sie gesehen hätten, wie die Nadel der Spindel, an die sie gefesselt sind, sich durch ihr Auge bohrt. Ja, und ich muss ihnen leider mitteilen, dass es mit dem hundertjährigen Schlaf in ihrem speziellen Fall wohl nicht mehr ausgeht. Der alte Mann zitterte am ganzen Leib. Seine Augenlider flackerten wie wild. Der Mann fasste ihn mit seiner großen Hand am Hinterkopf und drückte den Kopf des alten Mannes, ohne auch nur ein einziges Mal zu zögern, direkt auf die Nadel der Spindel. Augenblicklich leistete der Körper des blinden Mannes keine Gegenwehr mehr, sondern hing Schlaf herab. Die lange Nadel hatte sich direkt durch das rechte blinde Auge hindurchgebohrt. Und wieder ein Märchenbuch. Dasselbe, das wir beim Pfarrer gefunden haben, nur dass der Täter dieses Mal Dornröschen nachgespielt hat, sagte Inspektor Wolford, als Holmes und ich am Tatort eintrafen. Er hat es etwas eigenwillig interpretiert, konstantierte Holmes. Er hat dem Ganzen sozusagen seine eigene Note verliehen. Das ist doch nicht komisch, Holmes, maßregelte ich meinen Freund. Soll ich Ihnen sagen, wie sich das in Inuktitut anhören würde? fragte mich Holmes. Ich werte ab. Wenn Sie uns in einer Sprache erklären würden, die wir alle ebenfalls verstehen können, was hier geschah und welche Schlussfolgerungen Sie daraus ziehen, dann wäre ich Ihnen äußerst dankbar, Holmes, entgegnete ich gereizt. Der Mann war Arzt, sagten Sie Inspektor Wolford. Nun, somit müssen wir herausfinden, was den Pfarrer und den Arzt verbindet. Das dürfte schwierig werden, schnaubte ich. Ein Mensch ist krank, holt sich ärztlichen und christlichen Beistand, die letzte Salbung. Dafür dürften einige in Betracht kommen. Ich denke dabei auch mehr an das private Umfeld. Wie der Arzt zur Tode kam, wissen wir. Es gibt wie immer keine ersichtlichen Spuren. Das Märchenbuch ist haargenau dasselbe wie beim Pfarrer und es ist aktuell in sämtlichen Buchhandlungen Londons käuflich zu erwerben. Keine speziellen Prägungen oder persönliche Notizen. Einfach nichts. Bleibt uns wohl nur noch den Verwandten und Bekanntenkreis des Doktors zu befragen. Vielleicht können wir so irgendwelche Verknüpfungen zu dem Pfarrer herstellen. Kommen Sie also, Watson, wir haben noch einiges zu tun. Leider mussten wir feststellen, dass wir doch nicht so viel zu tun hatten wie anfangs gedacht. Der enge Verwandten- und Bekanntenkreis des Doktors beschränkte sich auf lediglich vier Personen. Er scheint kein allzu angenehmer Zeitgenosse gewesen zu sein, der gute Herr Doktor, stellte Holmes ernüchternd fest. Auch was die Verbindung zwischen dem Doktor und dem Pfarrer betraf, waren wir nicht wirklich weitergekommen. Zwar kannte die Verwandtschaft den Pfarrer, aber nicht etwa durch private Angelegenheiten, nein, vielmehr als Kirchenoberhaupt der Gemeinde. Also, im Klartext, wir waren keinen Schritt weiter. Mal sehen, welche Aufklärung uns vielleicht der nächste Mord bringt, stellte Holmes trocken fest. So Holmes wie Pietätlis sie doch sind, sagte ich. Seit sie das komische Zeug von Billy geraucht haben und geistig im Eskimo-Land waren, kommen sie mir sehr verändert vor. Quanui Piet, sagte Holmes, das heißt so viel wie, wie geht es Ihnen? England, London, August 1932, drei Tage später Ich halte die Geschichte ganz kurz. Ich verspreche es Ihnen. Und wissen Sie warum? Weil ich sie nämlich immer gerne gemocht hatte. Ich sah zu ihnen auf. Bis zu dem Zeitpunkt, an dem sie mein größter Held hätten werden können. Es dann aber doch bevorzugten, dem Alten die Stiefel zu lecken und ihm in den Arsch zu kriechen, als mir beizustehen und ihren verdammten Mund aufzumachen. Genau deshalb halte ich mich kurz. Wissen Sie was? Es ist die Geschichte, die mir der Alte vorgelesen hat, an dem Abend, als ich mich ihnen anvertraute. An dem Abend, als sie ganz normal wie immer nach Hause gingen und nichts unternommen haben. An dem Abend, als ich nach der Geschichte wieder zum Pfaffen geschickt wurde. Der Mann nahm das Buch zur Hand und blätterte darin, bis er endlich die gesuchte Geschichte fand. Er musste sich nun ein bisschen beeilen. Schließlich befanden er und sein Opfer sich an einem öffentlichen Ort. Es war zwar erst vier Uhr dreißig, doch man konnte nie genau wissen, wann die ersten Pfleger eintrafen, und er wollte unter keinen Umständen erwischt werden. Nein, noch nicht. Wenigstens brauchte er sein Opfer dieses Mal nicht erst zu fesseln. Ein einfacher Knebel reichte vollkommen aus. Der Mann saß nämlich seit geraumer Zeit im Rollstuhl. Doch nun musste er endlich anfangen zu lesen. Es war einmal eine alte Geiß, die hatte sieben junge Geißlein. Soll ich weiterlesen, oder wissen Sie bereits Bescheid? Denn die Sache hat für Sie einen Haken. Sie sind heute Morgen mein siebtes kleines Geißlein. Aber nein, keine Angst, ich bin nicht der böse Wolf. Nur leider gibt es für Sie hier draußen in der Natur keinen Uhrkasten, in den Sie schlüpfen und sich verstecken können. Und natürlich habe ich auch noch eine kleine Überraschung für Sie. Der Mann schritt auf den Rollstuhlfahrer zu und drehte ihn schwungvoll um. Dann schob er ihn ganz nah ans Geländer. Überraschung, rief der Mann hoch erfreut aus. Ich dachte mir, da Sie ja hier sozusagen das einzige Geißlein sind, nehmen wir dafür sieben Wölfe, um die Sache irgendwie wieder auszugleichen. Sie wissen schon, Feng Shui, Karma, Yin und Yang, die Elemente zurück ins Gleichgewicht bringen. Mit diesen Worten hob er den nicht allzu schweren, gehbehinderten Mann aus dem Rollstuhl und warf ihn achtlos über die Brüstung direkt ins Wolfsgehege hinein. Verträumt sah er noch einen kurzen Moment zu, wie sich zuerst der Leitwolf an die Beute heranpürschte und zuschnappte, ehe sich sogleich das ganze Rudel dazu gesellte und den alten Mann zerfleischte. Holmes und ich trafen gegen sieben Uhr dreißig im Londoner Zoo ein. Mit einem Lageplan in der Hand führte uns ein Polizeibeamter direkt zum Wolfsgehege, an dem uns Inspektor Wulford bereits erwartete. Der gesamte Bereich wurde mit einem gelben Absperrband weitläufig begrenzt. Der Zoo öffnete täglich um acht Uhr seine Pforten, und wie mir schien, wollte man dies auch heute tun. In schlimmer Erwartung warf ich einen Blick über die Brüstung. Ein menschenähnliches Etwas lag dort unten, blutverschmiert und in Teilen zerfetzt. Es war ein entsetzlicher Anblick. Eiskalt lief es mir über den Rücken. Wer möchte zu so etwas nur fähig sein? Einige Tierpfleger waren immer noch damit beschäftigt, die restlichen zwei Wölfe ins Wolfshaus zu locken, was ich nicht als recht einfach erwies. Freilich mit etwas zu fressen, brauchte man den mittlerweile gesättigten Tieren sicher nicht mehr zu kommen. Ich sah mich zwischenzeitlich um und entdeckte Holmes, der an einem verwaisten Rollstuhl stand und ein Buch in der Hand hielt. Ich erkannte sofort, dass es sich um das gleiche Exemplar wie bei den anderen beiden zuvor handelte. Der Wolf und die sieben jungen Geißlein, sagte Holmes. Als nach einigen Minuten auch der letzte Wolf sicher im Haus verwahrt wurde, war es uns endlich möglich, das Gehege zu betreten. Die ehrenvolle Aufgabe, das Opfer nach möglichen Papieren zu durchsuchen, gebührte leider mir. Mit angehaltenem Atem beugte ich mich über die Reste des Rumpfes des alten Mannes und zupfte an seinem Jackett. Ich wurde fündig und zog ein kleines schwarzes Mäppchen hervor, auf dem in großen Lettern geschrieben stand, Benjamin Ford. Inspektor Wolford gab sofort die Anordnung, alles über diesen Benjamin Ford herauszufinden. Währenddessen sagte Holmes, Watson, die Kleidung, die Mr. Ford trägt, kommt doch einem Pyjama verdächtig nahe, oder irre ich mich? Nun sah auch ich mir die Kleidung etwas genauer an, was unter Anbetracht des Zustandes des Stoffes gar nicht mal so einfach war. Doch Holmes hatte recht. Es war ein Pyjama. Ich bin mir nun sicher, der Täter wollte, dass wir sofort wissen, wer das Opfer ist. Ansonsten hätte er sich wohl kaum die Mühe gemacht und dem Opfer noch sein Jackett mitsamt seiner Brieftasche angezogen. Aus reiner Nächstenliebe, damit Mr. Ford nicht kalt wird. Und sicher nicht. Dem konnte ich nur zustimmen. Ich wette mit Ihnen, Watson, dass wir nun die fehlende Verbindung der Männer herausfinden werden. Die Morde an sich waren jedenfalls genau getimt, damit wir ihm womöglich nicht so früh auf die Spur kommen würden und möglicherweise noch einen Mord verhindern konnten. Auch mit dem stimmte ich Holmes voll und ganz zu. Am Nachmittag fanden sich Inspektor Wolford, Holmes und meine Wenigkeit in der Baker Street 221b ein. Inspektor Wolford unterrichtete uns bezüglich der Neuigkeiten im Fall des Märchenmörders, wie die Presse den Täter inzwischen titulierte. Wissen Sie mittlerweile, welcher beruflichen Tätigkeit Mr. Ford nachging? fragte Holmes. Wolford nickte. Mr. Ford war ein pensionierter Lehrer. An welcher Schule hat er denn unterrichtet? fragte Holmes weiter. Er war jahrelang an der Woldingham School tätig, aber was mir äußerst interessant erscheint, ist, dass Mr. Ford dazwischen einige Jahre als Privatlehrer bei der Familie Kent angestellt war. Sie meinen die Bankiersfamilie Kent? fragte ich erstaunt. Genau die meine ich, bestätigte mich Wolford. Ich weiß, dass Mrs. Kent schon vor langer Zeit verstorben ist, meldete sich Holmes. Dem alten Vincent Kent wurden anschließend zahlreiche Affären und Liebschaften nachgesagt, aber eine engere Beziehung pflegte er wohl zu keiner der Damen. Jedenfalls ist mir hinsichtlich dessen nichts bekannt. Ganz genau, Mr. Holmes, pflichtete ihm Inspektor Wolford bei. Außerdem hat Mr. Kent noch einen Sohn aus der Ehe mit seiner verstorbenen Frau. Einen Sohn? Ich meine mich düster dran zu erinnern, dass es zwei Söhne gab. Nein, Mr. Holmes, tut mir leid, da irren Sie sich. Ich bin mir diesbezüglich ziemlich sicher, dass es sich nur um einen Sohn handelt. Holmes zuckte mit den Schultern. Wo können wir den Sohn finden? Soweit ich weiß, zog der Sohn nach dem Tode der Mutter zu seiner Tante nach Paris und hat seitdem dort seinen Wohnsitz. Nach Paris? Oh, bitte warten Sie einen kurzen Moment. Holmes eilte in sein Zimmer und wirkte mit einem Male ganz aufgeregt. Als er nach wenigen Minuten zurückkam, wedelte er mit einem Blatt Papier in der Hand. Ich wusste es, sagte er triumphierend. Hier sehen Sie selbst. Holmes reichte Inspektor Wolford und mir den ausgeschnittenen Zeitungsartikel. Ich las laut vor. Explosion in einem Pariser Gutshaus. Unter den halb eingestürzten Grundmauern konnte die verkohlte Leiche des betagten Monsieur Bouchon geborgen werden. Die Pariser Polizei geht von Brandstiftung und Mord aus. Eine sichere Quelle bestätigte den Erhalt eines Bekennerschreibens an die Pariser Polizei. Es wurde mit Der böse Wolf und die drei kleinen Schweinchen unterzeichnet. Hinweise dafür erbittet die Pariser Polizei. Holmes, Sie sind genial, rief Inspektor Wolford überschwänglich aus. Wir haben ihn. Ich werde sofort die Fahndung nach dem Kent-Sohn herausgeben und ihn nach London überführen lassen. Inspektor Wolford, ich hätte da noch eine Bitte. Ich würde gerne bei der Vernehmung mit dabei sein. Aber natürlich, Mr. Holmes. Ich lasse es Sie umgehend wissen, sobald wir Kent hier bei uns in London haben. Holmes und ich hatten uns auf ein paar Runden. Ruhige Tage eingestellt. Sicherlich würde es seine Zeit dauern, bis der Sohn des alten Mr. Kent in Paris aufgespürt und anschließend nach London gebracht wurde. Ich saß also gemütlich in meinem Lieblingssessel, meine Füße in Eiswasser badend und einer spannenden Lektüre in der Hand. Zu meinem Bedauern hatte uns heute Vormittag Billy wieder einen Besuch abgestattet und Holmes Nachschub für seine Pfeife mitgebracht. Holmes saß auf dem Divan und war gerade, voller Vorfreude dabei, seine Pfeife anzuzünden, als ich sagte, wo geht es denn heute hin, Holmes? Wieder zu den Eskimos oder führt der Trip doch lieber zu den Aborigines? Das ist ja gerade das Spannende daran, Watson. Ich weiß es noch nicht. Holmes grinste verschmitzt. Aber Sie werden es als Erster erfahren, das verspreche ich Ihnen. Holmes entfachte ein Streichholz, als plötzlich Alice in der Türe stand. Mr. Holmes, stopp, stopp! Bitte jetzt kein Drogentrip! Inspektor Woolford lässt Sie abholen. Sie haben den Kentjungen! Sichtlich enttäuscht legte Holmes seine Pfeife beiseite. Dann wird meine Reise wohl oder übel noch ein bisschen warten müssen. Watson, schwingen Sie Ihre Zehen aus der eiskalten Brühe. Wir haben eine Verabredung. Es war einmal eine Königin, die gebar ein Mädchen, das so weiß wie der Schnee war, die Lippen so rot wie Blut und das Haar so schwarz wie Ebenholz. Sie nannte es Schneewittchen. Dann starb die Königin. Schneewittchen wuchs zu einem wunderschönen, fröhlichen, jungen Mädchen heran. Dann aber nahm sich der König eine neue Frau. Und diese besaß einen Zauberspiegel, den sie täglich befragte. Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land? Und der Spiegel antwortete, Frau Königin, ihr seid die Schönste im ganzen Land. Viele Monate vergingen, als die Königin ihren Spiegel wieder befragte. Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land? Und der Spiegel antwortete, Frau Königin, ihr seid die Schönste hier. Aber Schneewittchen ist tausendmal schöner als ihr. Da wurde die Königin so zornig, dass sie den Jäger beauftragte, Schneewittchen in den Wald zu führen und es zu erschießen. Der Mann legte das Buch sachte beiseite. Wie oft hast du mir dieses dumme Märchen vorgelesen? Fünfzigmal? Einhundertmal? Oder gar zweihundertmal? Ich weiß es nicht mehr. Weißt du es denn? Alte, angsterfüllte Augen starrten den Mann an. Eine Antwort konnte der Mann nicht erwarten, denn er hatte sein Opfer wie immer geknebelt. Aber darum ging es ihm auch nicht. Er zückte eine Pistole und hob sie seinem Opfer direkt an den Kopf. Dann sagte er, Aber du weißt sicher noch immer, wie die Geschichte weitergeht. Der Jäger soll der Königin zum Beweis die Lunge und die Leberschneewittchens bringen. Diese würde sie dann kochen und anschließend verspeisen. Tränen rannen dem alten Mann über die Wange. Der Mann quittierte diese mit einer schallenden Ohrfeige und lachte. Kommt dir auch bekannt vor, nicht wahr? Nur, dass ich dieses Mal die Maulschellen verteile und du heulst. Der Mann blickte eine Zeit lang still auf sein gefesseltes und geknebeltes Opfer hinab. Dann sagte er, Im Märchen bringt der Jäger einen jungen Frischling um und bringt der Königin dessen Lunge und Leber. Nun, das wird heute nicht passieren. Heute bist du mein Schneewittchen und ich bin dein Jäger. Papa. Der junge Devin Kent saß zusammen mit Inspektor Woolford am Tisch, als Holmes und ich bei Scotland Yard eintrafen. Holmes richtete zuerst sein Wort an Inspektor Woolford. Inspektor, wie kommt es, dass Sie Mr. Kent heute schon in London haben? Guten Tag, Mr. Holmes. Hier spielte der Zufall uns in die Hände. Aber das soll Mr. Kent Ihnen gleich selbst berichten. Bitte, Mr. Holmes, walten Sie Ihres Amtes. Holmes und ich nahmen Mr. Kent gegenüber neben Inspektor Woolford Platz. Mr. Kent, mein Name ist Sherlock Holmes und das hier ist mein Partner, Dr. Watson. Ich bin beratender Detektiv der Londoner Polizei. Dürfte ich Ihnen ein paar Fragen stellen? Ja, natürlich, Mr. Holmes, antwortete Kent. Vielleicht kommt nun endlich Licht in diese Angelegenheit. Ich weiß nämlich immer noch nicht, weshalb ich eigentlich hier bei Ihnen sitze und verhaftet wurde. Nun, wir ermitteln in einer Reihe von Morden. Sagt Ihnen der Name Bouchon etwas? Kent nickte. Aber natürlich, Sie sprechen von der Explosion und dem Mord im Pariser Gutshaus? Der Mann war mein Schwiegervater. Inspektor Woolford, Holmes und ich waren ehrlich überrascht. Ich wusste, wir haben den richtigen Mann, freute sich Inspektor Woolford. Holmes hingegen reagierte zurückhaltend. Kennen Sie auch einen Dr. Blackman, den Pfarrer Townsend und einen Lehrer namens Ford? Devin kennt er bleichte. Ja, ich kenne die Namen noch aus meiner Kindheit in London, Bekannte meines Vaters. Lehrer Ford unterrichtete mich und meinen Bruder. Bruder? Holmes warf Inspektor Woolford einen strengen Blick zu, der so viel sagte wie, wusste ich's doch. Ja, ich hatte einen Bruder namens Clayton. Leider ist er zwischenzeitlich verstorben. Ich war, seit mich meine Tante mit nach Paris genommen hatte, nicht mehr in London gewesen. Deshalb wollte ich nun auch die Gelegenheit nutzen, um das Grab meines Bruders aufzusuchen. Welche Gelegenheit führte sie denn nach London? fragte Holmes. Wie ich Inspektor Woolford bereits mitgeteilt hatte, reiste ich geschäftlich nach London. Meine liebe Frau und die beiden Kinder konnten leider nicht mit mir kommen, da unsere Kleinste schwer erkrankt ist, erklärte Devin Kent. Wie sind Sie dann hier gelandet? wollte Holmes noch wissen. Am Bahnhof nannte ich der Dame hinterm Schalter meinen Namen und erkundigte mich nach einem Taxi. Ich habe den Beamten neben mir nicht bemerkt und auf einmal wurde ich verhaftet, empörte sich Mr. Kent. Inspektor Woolford grinste. Unser junger Polizist Leeroy McAdam wollte gerade ein Bahnticket lösen, als er zufällig den Namen Kent hörte. So ergab eins das andere. Ein sehr fähiger Mann, dieser McAdam, lobte Woolford noch seinen Untergebenen. Woran ist Ihre Tochter denn erkrankt, wenn ich fragen darf, Mr. Kent? Devin Kent's Blick wurde traurig. Wissen Sie, Mr. Holmes, wir wissen es nicht genau. Von heute auf morgen hat Lissy aufgehört zu sprechen. Zudem fiebert sie zwischendurch immer wieder. Allgemein ist das Mädchen seitdem komplett unzugänglich. Wie ist Ihr Bruder damals ums Leben gekommen und wie alt wurde er? fragte Holmes weiter. Mein Vater hat mir und meiner Tante damals einen Brief zukommen lassen, in dem er von einem tragischen Unfall Claytons schrieb. Mehr weiß ich darüber leider nicht. Aber Clayton müsste damals so um die 16 Jahre alt gewesen sein. Ich liebte meinen Bruder und als wir getrennt wurden, vermisste ich ihn sehr. Meine Mutter war gerade erst gestorben und von meinem Bruder wurde ich getrennt. Es war wirklich schrecklich. Das glaube ich Ihnen gerne, antwortete Holmes mitfühlend. Mr. Kent, ich bedanke mich für Ihre Zeit und bedauere Ihre Unannehmlichkeit zutiefst. Sie können jetzt gehen. Holmes stand auf und schüttelte Devin Kent die Hand. Aber, aber, stotterte Inspektor Woolford und auch ich konnte kaum fassen, was ich dazu hören bekam. Als Devin Kent die Türe hinter sich schloss, röfelte Inspektor Woolford Holmes. Mr. Holmes, das müssen Sie mir aber jetzt erklären. Er hat die falsche Haarfarbe, sagte er emotionslos. Haarfarbe? Wie kommen Sie denn nun darauf? Holmes, das war ein Fehler. Die Beweislage ist doch eindeutig, schimpfte ich. Keinesfalls. Zuallererst wusste ich sofort, als ich Devin Kent hier zum ersten Mal sah, dass er nicht der Täter sein konnte. Wie gesagt, er hat die falsche Haarfarbe. Sie erinnern sich an unser erstes Opfer, dem Pfarrer Townsend? An seinen gefesselten Füßen, die noch zum Ofen raushingen, hatte sich in den Fesseln ein dunkles, langes Haar verheddert. Auch fand ich in dem leeren Rollstuhl des Lehrers am Wolfsgehege ein dunkles Haar in derselben Länge. Devin Kent hat aber kurzes blondes Haar. Und nun fangen wir wieder bei Null an, nur weil Ihnen die Haarfarbe nicht gefällt? Und wie passt die Sache mit Paris da ins Bild? poltete Inspektor Wulford los. Wir fangen nicht wieder von vorne an, beruhigte ihn Holmes. Und Paris und das erkrankte Mädchen passen auch ins Bild. Ich bin mir nur noch nicht ganz sicher, wie. Haben Sie schon einmal an eine Perücke gedacht? Fragte ich Holmes. Doch dieser winkte ab. Nein, Watson, das glaube ich nicht. Vielmehr denke ich fast, dass unser Täter gefunden werden will. Weshalb sonst hätte er der Pariser Polizei ein Bekennerschreiben zukommen lassen, das ihn mit den Morden in London in Verbindung bringt? Holmes machte eine Pause, dann sagte er. Wir müssen so schnell wie möglich zum Alten Kent. Er schwebt in Lebensgefahr und er ist der Einzige, der die Sache aufklären kann. Kurze Zeit später standen Inspektor Wulford, Holmes und ich vor Mr. Kent's Haus. Holmes klopfte nun schon zum dritten Mal, doch wir blieben ungehört. Wir gehen rein, beschloss Inspektor Wulford und zog seine Dienstwaffe. Wulford wollte sich nun gerade mit aller Wucht gegen die Türe stemmen, als Holmes einfach den Türknauf drehte und sich die Tür öffnete. Er zwinkerte Wulford zu. Nicht versperrt, lieber Inspektor. Dann traten wir ein. Kein Licht brannte, keine Dienerschaft. Alles wirkte wie verlassen. Was war das? flüsterte ich. Ein kaum merkliches, leises Klappern drang aus dem Nebenraum. Inspektor Wulford legte einen Finger an seine Lippen an seine Lippen und deutete uns an, ruhig zu sein und ihm zu folgen. Mit der Pistole in der Hand schlich er sich vorwärts und stemmte mit einem Ruck die Tür ins Nebenzimmer auf. Dann rief er, Scotland Yard, nehmen Sie die Hände in die Höhe. Am mit einer Kerze erleuchteten Esstisch saß ein Mann mit dunklen, langen Haaren und verspeiste gerade sein Abendessen. Dabei klapperte er unziemlich mit dem Besteck und machte nicht die geringsten Anstalten, die Hände hochzunehmen, wie von Inspektor Wulford gefordert. Erst jetzt fiel mein Blick auf eine übel zugerichtete Leiche, die neben dem Mann nur wenige Meter entfernt auf dem Boden lag. Ist das Vincent Kent? fragte ich erschüttert. Der Mann am Esstisch nickte. Und Sie sind Clayton Kent, nicht wahr? sagte Holmes. Inspektor Wulford und ich schauten uns irritiert an. Doch der Mann nickte abermals. Eigentlich sollte ich schon lange tot sein, sagte Clayton. Aber kennen Sie das Märchen vom Gefattertod? Anscheinend bin ich mit der Fußseite am Kopfende gelegen. Doch nun habe ich Gefattertod verärgert. Und wissen Sie auch, wie das Märchen weitergeht? Was passiert, wenn man Gefattertod verärgert? Dann kommt der Tod und bläst die Lebenskerze aus und man gehört ihm. Ich kannte das Märchen vom Gefattertod nicht. Holmes aber anscheinend schon. Deshalb verstand ich so gut wie gar nichts. Holmes vermutlich dagegen alles. Holmes setzte sich zu Clayton Kent an den Tisch und sagte, Berichten Sie mir Ihre Geschichte, aber erzählen Sie mir bitte keine Märchen. Clayton Kent legte sein Besteck beiseite und fing an zu erzählen. Ich hatte eine wirklich schöne Kindheit. Ich liebte meine Mutter und meinen Bruder. Meine Mutter starb leider, als ich fünf war und mein Bruder wurde daraufhin von unserer Tante nach Paris mitgenommen. Weshalb sie mich nicht mitnahm, weiß ich nicht. Aber ich werde es ihr auch nie verzeihen, denn dann fing der ganze Schrecken an. Mit einem Male wurde Clayton Kent sehr leise und demütig. Holmes sprach für ihn weiter. Sie wurden misshandelt und missbraucht von ihrem Vater, von dem Pfarrer, dem Doktor und dem Lehrer. Nein, der Lehrer nicht, aber ich habe mich ihm anvertraut. Ich nahm meinen ganzen Mut zusammen und erzählte ihm alles. Es war mir schrecklich peinlich. Doch anstelle mir zu helfen und mir beizustehen, sagte er nichts. Er sagte nichts und tat auch nichts. Er ließ es einfach zu. Er machte sich genauso schuldig, als hätte er es selbst getan, flüsterte Clayton Kent. Wie ging es dann weiter? fragte Holmes. Ich war 16 Jahre alt. Eines Tages ging ich in die Küche und nahm mein Messer. Ich überraschte meinen Vater im Schlaf und hielt ihm das Messer an die Kehle. Ich wollte ihn umbringen. Aber mir fehlte der Mut, der letztendliche Wille. Mein Vater erwachte, überwältigte mich und warf mich aus dem Haus. Ich sei für ihn gestorben, sagte er. Und wenn ich je einer Menschenseele erzählen würde, was ich erlebt hätte, so würde er mich mit seinen eigenen Händen erwürgen. Da bin ich untergetaucht, lebte für mich alleine mit meinen ständigen Dämonen im Kopf. Ich hielt mich mit Betteln über Wasser. Zwanzig Jahre sind seitdem vergangen und doch quält mich tagtäglich diese eine einzige Sache. Sie bestimmt mein ganzes Leben. Ich konnte nicht mehr. Ich beschloss meinen Bruder in Paris aufzusuchen und mich ihm anzuvertrauen. In Paris angekommen beobachtete ich ihn zuerst. Ich wollte sehen, was für ein Mensch er geworden war. Da bekam ich mit, wie seine jüngste Tochter Lissi vom eigenen Opa, diesen Bouchon, betatscht wurde. Und ich wusste sofort, dies war der Anfang, denn so hat es auch bei mir angefangen. Und ich konnte es nicht zulassen. Bouchon musste sterben und es fühlte sich so gut an. Plötzlich wusste ich, was zu tun war, wie ich mich meiner Dämonen entledigen konnte. Was sollte mir auch schon groß passieren? Schließlich war ich doch schon seit Jahren tot. Holmes nahm das Märchenbuch zur Hand, das bis dahin völlig unbeachtet auf dem Tisch lag. Er las einige Zeilen daraus, dann schaute er abrupt auf. Schneewittchen? Holmes klang verstört. Sie wollen mir nicht etwa sagen, dass das, was Sie hier essen? Er konnte nicht weitersprechen. Einige Zeit herrschte vollkommene Stille. Dann richtete Inspektor Wolford wieder »Mr. Kent, Sie sind verhaftet!« »Zu spät«, sagte Kent. »Gefattertod war schneller!« »Gift«, murmelte Holmes noch. Dann blies Clayton Kent die Kerze aus, die auf dem Tisch stand und fiel tot um. »Gefattertod «, »Gefattertod «, »Gefattertod «, »Gefattertod «, »Gefattertod «,